Oh mein Gott Leute, der Neupunkt wird immer lilaner und das Live-Event nähert sich. Agent Jonathan, wird er die Mission schaffen oder nicht? Das wissen wir noch leider nicht. Aber ich werde euch noch ein paar Infos zu dem Live-Event geben, die auch zu 100% von Epic Games bestätigt sind. Also, macht euch ready, teilt das Gang mit euren Freunden und auf jeden Fall, let's go mit dem Video. Und lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, wäre auf jeden Fall nice von euch. Aber jetzt würde ich nicht viel rumplappern. Let's go mit dem Video. Und Leute, hier sind wir auch schon umgeswitcht auf die Website von Epic Games, könnt ihr selber nachgucken. Hier steht es auf jeden Fall, spielt das Nullpunkt-Krise-Finale in Kapitel 2, Season 6. Auf Englisch heißt es Zero Point Crisis. Klingt auf jeden Fall auch besser. Und ja, da steht auch Kapitel 2, Season 6. Also, es wird nicht zum Ende von Season 5, wie es normal war, das Live-Event, sondern zum Anfang Kapitel 2, Season 6. Ja, und hier ist auf jeden Fall die Welt-Premiere. Aber, das Geilste, ihr könnt da alle mitmachen. Also, das erste Mal, wenn ihr euch in der neuen Season dann einloggt, könnt ihr das gleich spielen. Also, hier steht es. Dass ihr Jonasies Missionen selbst spielen könnt. Oha, ich freue mich auf jeden Fall. Richtig, dann kann einem ganz was mit den sieben Besuchern zu tun. Keine Ahnung. Und hier gibt eure Weltbahnen aus. Das habe ich euch auch schon vorher erzählt. Und Battle Pass Season 5. Ja, da müsst ihr schnell noch Level 100 zahlen und so. Und ja, hier ist auf jeden Fall schon ein geiles Play, Leute. Oh, ich freue mich so hart. Aber wie krass sieht das schon aus, David? Ich denke, der Nullpunkt wird explodieren, aber ich kann auch nichts hundertprozentig sagen. Also, ich freue mich auf jeden Fall auf das Live-Event. Also, hier steht es auch, es ist sozusagen kein Live-Event, sondern ihr werdet es dann Solo spielen. Also, es ist mehr oder weniger ein Live-Event. Aber trotzdem wird es geil.